Ein Kreis, dann so ein Kreuz hier, der untere Teil ist tiefer, hier, tiefer, hier, ja, okay, zwei Augen, eins, zwei, dann ein Rechteck für den Schnabel, Rechteck, so, und hoch wieder, jetzt hier so ein Haken hoch, Haken hoch, so, genau, jetzt hier zwischen hoch und in diese Linie reingehen, okay, zwei Augenbrauen. So, ich würde mal schätzen, ihr habt noch eine Minute oder so. Dann hier die Schleife, das sieht auf jeden Fall nach Daisy aus. Ein paar Haare hinten, okay, ein paar Haare hinten, dann hier nochmal eine Linie rein und hoch. Eine, oh, wunderbar. Und so, zwei Pupillen. Also, ich würde sagen, jetzt ungefähr noch eine halbe Minute. Ihr müsst jetzt mal langsam mal auszeichnen. Und das nachzeichnen. Großartig. Ich zähle euch gleich einfach mal den Cow-Nown runter, wenn es so weit ist. Oh Gott, ich fühle Druck, Ulrich, du auch. Ja, das ist auch Druck. Ja. Also, 15 Sekunden. Huch. Komm, die Pupillen, Johanna. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Das sieht fantastisch aus. Also, unterschreiben, Johanna. Ich habe das im Vergleich zu meinem Einheitstier aus. Sie hat das richtig gut aus. Du musst es auf jeden Fall unterschreiben. Das ist ein Kunstwerk, das kommt in unsere Galerie. Okay, alles klar. Ulrich, wie hat sie sich geschlagen? Hat sie super gemacht. Großartig, oder? Daisy, ja kenne ich. Komm, wir halten es mal gegeneinander. Ja, das ist natürlich ein echtes Kunstwerk. Johanna hat das fantastisch gemacht. Das ist super, das erste Mal, bravo. Danke schön. Ich danke dir für deine Hilfe. Ich werde dir nie wieder glauben, wenn du sagst, du bist zeichnerisch untalentiert. Und neben deinem Einheitstier wird jetzt hoffentlich Daisy Duck in dein Repertoire aufgenommen. Selbstverständlich. Solange du immer vormalst, bin ich richtig gut. Kannst du gerne mitmachen.